Wie Sie am effizientesten und energiesparendsten Ihr Essen aufwärmen, das zeige ich Ihnen gleich. Zum Thema effizientes Aufwärmen von Gerichten, da können Sie den Kochtopf gleich auf die Seite stellen. Es ist wesentlich effizienter, Ihre Gerichte in der Mikrowelle aufzuwärmen. Wichtig dabei ist, die Gerichte eher flach auf den Teller zu legen, damit es schnell warm wird. Ob es gesund ist, das ist Ihre Entscheidung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017